Ich bin Katja Steiner. Ich bin die Abteilungsleitung von Drittenstock. Es ist sehr abwechslungsreich. Wir haben verschiedene Disziplinen. Man ist immer gefordert. Man ist immer daran, etwas Neues zu lernen. Und es ist ein familiäres Zusammenarbeiten. Man kennt alle, egal vom Reinigungsdienst oder der Küche. Wir gehen ab und zu mal etwas trinken oder nach einer Teamsitzung grillen oder essen. Ein sehr grosser Pluspunkt bei uns im Haus ist, dass wir ein Nachtwache-Team haben. Das heisst, dass wir von der Abteilung alle zwei, drei Monate mal eine Nacht abdecken müssen. Und sonst nur im Frühjahr und im Spätdienst arbeiten. Man kann Freiwünsche eingeben. Und das wird eigentlich meistens auch so. Jetzt hast du viel gehört. Du siehst, wer wirft dich jetzt bei uns. Dienen Tag zu 10 Minuten. Dienen Tag zu 10 Minuten. Dienen Tag zu 10 Minuten.